BegaFam presents die echt kleine große Hyundai i20 Rallye Pianka auf die Plätze! Hyundai Go! Pi-Yung-Go! 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 Auch Pianka fährt ziemlich spitz in die... Was weiß ich, jetzt fliegt sie auch noch mal, als ob sie noch aufstehen will. Sie hat den Dreh noch nicht ganz raus, sie ist wahrscheinlich die Anhänger. Der Anhänger fehlt wahrscheinlich ein bisschen an. Das ist der Anhänger, weil er sich normalerweise anhängen kann. Aber sonst auch ganz gut und das Auto steht. Stopp, die Zeit! Pianka und wieder rausfahren! Pianka, winst du Tor 1 oder Tor 2? Nein, du hast natürlich sehr gut gemacht. Nochmal, deine Zeit war... 26 genau? Genau 26! Schwarz! Schlecht! Aber besser als... Doro! Martin! Ja! Dein Applaus, wenn dir nochmal in die Hände interessiert. Und nochmal, warum willst du den Hyundai i20? Weil er süß ist, weil er spritzig ist und... weil es toll ist auch nichts. Passt ja zu dir, ne? Süß und spritzig, ne? Ja!